Und Moin und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Nicht der Weisheit letzter Schluss. Ja, dieses Mal gibt es wieder einen neuen Teil von der Vorschau auf Debian 12 Serie, dieses Mal mit dem XFCE Desktop. Ja, gucken wir mal rein. Moin Moin und herzlich Willkommen zum jetzt mittlerweile dritten Aufnahmetag bei den XFCE Einstellungen. Wie man sieht, der Sommer ist so ein bisschen eingekehrt. Es ist warm genug, also von daher habe ich jetzt mal was komplett anderes an, als in den, sagen wir mal, Winterfolgen. Ja, letztes Mal waren wir bis hier gekommen und jetzt mache ich weiter mit den XFCE Terminal Einstellungen. Mal gucken, was uns da so alles erwartet. Ja, wie ein Terminal benannt werden soll, also in der Titelleiste soll Terminal heißen, würde ich sagen, kann man so lassen. Titeldynamisch einstellen, nach dem Titel anzeigen. Mal gucken. Was haben wir denn da? Achso, da steht denn... Hm, da steht eigentlich genau das, was dort steht. Also Test ist mein Benutzer. Add und D12 ist der Name von dem System, wo ich drauf bin, von meiner virtuellen Maschine. Und mit dem Doppelpunkt Tilde. Tilde bedeutet, ich bin in meinem Home, in meinem Heimatverzeichnis. So, und wenn ich jetzt mal irgendwo anders hingehe, wird das dynamisch angepasst. Von daher würde ich sagen, Titel dynamisch einstellen, nach dem Titel anzeigen, vor dem Titel anzeigen. Hm, einmal zu und wieder auf. Also, einmal reicht schon. Ähm, das sieht jetzt nicht anders aus. Den Titel ersetzen. Ähm, okay. Nicht anzeigen. Also, ich sehe da jetzt erstmal überhaupt keinen Unterschied. Von daher lasse ich das erstmal so, wie es war. Dann, Befehl. Befehl als Anmelde Shell starten. So, nochmal gucken. Was haben wir hier? Das ist GNOM Terminal. Das ist da standardmäßig in der Leiste drin. Das ist denn ja wahrscheinlich sowieso das komplett Falsche. Wenn ich hier jetzt bei Zubehör... Mal gucken. Es ist da drin. Oder bei System... XFCE Terminal. Aha. Das ist jetzt auch das Richtige. Dann nochmal von vorne. Wenn ich da sage, den Titel ersetzen. Ersetzt ist auch den Titel. Wenn ich da vor dem Titel anzeigen mache. Okay, steht hier Test, also der Benutzer, den ich verwende. D12 ist das Host-System, wie das heißt. Und tilde ist mein Homeverzeichnis, wo ich mich gerade befinde. Und danach kommt Terminal. Jetzt stimmt das auch alles. Den Titel ersetzen. Ersetzt bestimmt den Titel. Genau. Aber ansonsten, so sieht doch eigentlich ganz gut aus. Wenn ich jetzt das nächste hier anhake. Befehl als Anmelde Shell starten. Okay, gut. Gucken wir mal, wie sich das auswirkt. Und jetzt muss ich ja wieder die richtige Shell oder den richtigen Terminal-Emulator finden. Er ist immer noch hier drunter. Und wenn ich den hier mal einfüge. Auch vom Icon her unterscheiden die sich jetzt irgendwie nicht. Und das heißt einfach bloß Terminal. Und das andere ist das XFCE-Terminal. So, und das ist jetzt mit der Login-Shell. Wahrscheinlich unterscheidet sich da sowas wie diese Umgebungsvariable Path, wo alle Verzeichnisse aufgelistet sind, in denen ausführbare Dateien drin sind. Wenn ich einmal so mache. Das ist jetzt einmal mit der Option hier aktiviert. Und wenn ich die einmal ausmache und das nächste Terminal-Fenster öffne. Und einmal. Achso, ja, ich möchte es wirklich einfügen. So, und bitte auch ausführen. Haben wir da einen Unterschied? Nö. Gute Frage, was sich da jetzt großartig ändert. Denn da steht ja drin, man soll die Dokumentation der Shell verwenden, genau, um Unterschiede zwischen dem Starten als interaktive Shell und dem Starten als Anmelde-Shell zu erfahren. Ja, wenn ihr wisst, was damit jetzt genau gemeint ist, könnt ihr es auch gerne mal als Kommentar reinschreiben. Dann haben wir als nächstes U-Temp- und W-Temp-Aufzeichnungen aktualisieren, sobald der Befehl ausgeführt wird. Wählen Sie diese Option, damit Befehle funktionieren, welche U-Temp- und W-Temp-Aufzeichnungen nutzen, wie W-Ride und W-All. Oder W-All? Also, es ist nicht aktiv, standardmäßig. Und, hm. Also, irgendwo habe ich das schon mal gesehen. Das war irgendwie im Zusammenhang mit Busybox, wo ich ein Netzwerk-Boot-Image für M23 gebaut habe. Da ist mir das mal über den Weg gelaufen. Aber ansonsten habe ich das irgendwo nirgendwo gesehen oder mal mitgekriegt, dass man da irgendwie sowas bräuchte. Aber vielleicht wisst ihr es auch besser. Also, schreibt das gerne in den Kommentaren. Nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich weiß nicht alles. Und ich werde auch nicht jeden Punkt nochmal nachgucken. Also, von daher, Schwarmintelligenz, schreibt es gerne rein, wenn ihr es wisst. Einen benutzerndefinierten Befehl anstelle meiner Shell ausführen. Okay, das finde ich irgendwie sehr naheliegend. Habe ich einen Midnight Commander drauf? Ne, habe ich nicht. Ich installiere den einfach mal nach. Also, der Midnight Commander ist, wer von euch noch den Norton Commander von früher von DOS kennt, das ist ein Zwei-Spalten-Datei-Manager im Text-Modus. Ja, damit kann man Dateien umbenennen, verschieben, kopieren, löschen und sonst was. Und von A nach B quasi. Macht das Leben auf jeden Fall auf der Shell deutlich einfacher. Finde ich jedenfalls. Das sieht dann so aus. Und, also, schade, F10 ist belegt. Also, unten beenden hier. Und wenn ich jetzt MC als benutzerdefinierten Befehl bei jedem mal ausführen möchte, dann klappt das vielleicht. Genau. Dann habe ich das da drin. Wenn ich es beende, ist es auch zu. Kann praktisch sein für spezielle Aufgaben, aber so standardmäßig irgendwas anderes. Vielleicht, wenn man eine andere Shell haben möchte, die nicht Standard im System ist. Vielleicht für sowas. Dann kann ich noch ein anderes Arbeitsverzeichnis festlegen. Standardmäßig werde ich ja in meinem Homeverzeichnis, in meinem Heimatverzeichnis, ja, reingesetzt, wenn ich dieses Terminal aufmache. Aber ich kann auch irgendwas anderes angeben, wenn ich das denn wollte. Vielleicht so. Mal gucken. Nö. Arbeitsverzeichnis. Mal gucken, steht da noch was. Wählen Sie diese Option, um für neue Terminals, Reiter oder Fenster, individuelle Arbeitsverzeichnisse zu verwenden. Andernfalls wird das derzeitige Arbeitsverzeichnis genutzt. Nochmal. Also da bin ich wieder in meinem Tilde-Verzeichnis, also meinem persönlichen Verzeichnis für den Benutzer. Und wenn ich hier Reiter öffnen, da funktioniert das. Okay. Also beim neuen Reiter ja, aber nicht bei dem ersten. Okay. Als nächstes haben wir den Bildlauf bei Datenausgabe rollen. Wenn Sie diese Option aktivieren, rollt das Terminal bei Programmausgaben automatisch nach unten. Okay. So, dann brauchen wir irgendwas, was richtig lang ist. Wenn wir jetzt, ähm, was haben wir denn schön lang ist? Wenn ich jetzt hier, ähm, war, lib, dpkg und info, mal gucken. Oder das reicht ja auch schon. Wenn ich hier jetzt sage, ls, liste mir das mal auf. Da sind viele Dateien drin. Das rollt sowieso nach unten. Also haben wir jetzt ja gerade gesehen. Ohne, dass, dass das aktiv wäre. Also ich würde sagen, das ist eine Datenausgabe. Oder? Also ich meine, ls hat Daten produziert, hat die in dem Terminal ausgegeben. Und ich bin am Ende. Also ich kann hochscrollen. Aber es war automatisch am Ende. So, wenn ich das einmal andersrum mache. Sieht es genauso aus. Hm. Bei Programmausgaben. Also ich würde sagen, ls ist wirklich ein Programm. Und es macht Ausgaben. Also, keine Ahnung. Overlay Bildlauf aktivieren. Neustart erforderlich. Diese Option steuert, ob die Bildlaufleiste als Overlay gekennzeichnet wird. Automatisches Verstecken oder nicht. Also automatisches Verstecken finde ich immer blöd. Bei Tastendruck rollen. Ermöglicht es, mit einem beliebigen Tastendruck zur Eingabeaufforderung herunterzurollen. Also, das ist im Moment an. Das stimmt. Also ich habe jetzt mal drei Tasten einfach so verwendet. Und ich springe jedes Mal nach unten. Aber das kann natürlich auch irgendwie den Hintergrund haben, dass die Bash-Shell, die hier verwendet wird, dann eine Eingabe vermutet. Und dass dann sowieso dieses Terminal nach unten springt. Weil ich kann nochmal probieren, was ist mit Escape. Genau, Escape geht auch. Ja, also, das funktioniert so wie es ist. Bildlaufleiste ist auf der rechten Seite. Ja, also, finde ich irgendwie so richtig Standard. Eigentlich ist das bei jedem Programm immer auf der rechten Seite. Aber ich könnte hier auch sagen, ich möchte es auf der linken Seite haben. Das finde ich irgendwie sehr ungewöhnlich. Also, kann man sich natürlich daran gewöhnen. Aber irgendwie sehe ich da jetzt gar keinen Vorteil drin. Also, von daher würde ich es lassen auf der rechten Seite. So wie es immer ist, schon immer irgendwie war. Solange es Bildlaufleisten gibt, denke ich mal. Dann haben wir Zurückrollen mit... Mal gucken, steht es hier. Gibt die Anzahl der Zeilen an, diese mithilfe des Rollbalkens zurückrollen können. Ja. Tausend Stück oder unbegrenzter Bildlauf. Irgendwann wird wahrscheinlich der Arbeitsspeicher mit irgendwelchem Krempel voll sein. Aber es gibt so Sachen, wo mir tausend Zeilen einfach zu wenig sind. Von daher in meinem TDE-Desktop aktiviere ich auch dieses unbegrenzter Bildlauf. Also, das heißt zwar anders, aber von der Sache her ist es dasselbe. Finde ich einfach praktischer. Und selbst auf relativ alten Rechnern mit nicht so viel Arbeitsspeicher habe ich dann nie Probleme gehabt. Also, von daher, das würde ich mir einfach mal gönnen. Eingabemarke. Eingabemarkenform. Block. So, das wird ja wohl dieser Kollege hier sein. Dieser kleine Block da. Und den kann ich... Stahlträger. Ach, das ist der Stahlträger. Also, man lernt ja immer mal wieder was dazu. Und man lernt ja auch nie aus. Also, das ist Stahlträger. Das ist das Symbol, was man da benutzt für die Pipes in der Shell. Um die Ausgabe von einem Programm an die Eingabe eines anderen weiterzugeben, da könnte man jetzt ja sagen, das ist das Stahlträger-Symbol. Mal schauen, ob ich das irgendwann mal so als nette Nebenbemerkung mit einfließen lasse, wenn ich wieder was mit Pipes mache. Also, Stahlträger-Zeichen. Haben wir wieder was gelernt. Dann Unterstrich. Ja. Unterstrich kennt man. Ist irgendwie so ein bisschen so wie... War das denn da doch so? Mit so einem Unterstrich? Also, kann man machen. Aber die ist mit Block. Das ist sowas. Das kommt sehr häufig in anderen Systemen vor. Also, das habe ich... Also, ich glaube, das ist überall, wo ich es so kenne, ist das so. Also, von daher würde ich es nicht ändern. Es sei denn, ihr habt da wirklich das Bedürfnis, das anders haben zu wollen. Aus Gründen. Eingabemarke blinkt. Ja, kann man machen. Vielleicht, damit man nochmal optisch drauf hingewiesen wird. An dieser Stelle kann man wirklich was einfügen. Aber... Ja. Also, das ist wirklich Geschmackssache. Also, das würde ich alles so lassen, wie es vorher war. Also, das passt schon irgendwie. Also, dieses Bedürfnis, das an der Stelle anzupassen, habe ich irgendwie nicht. Dann haben wir hier Zwischenablage. Ausfall automatisch in die Zwischenablage kopieren. Also, das ist ja sowieso eher dieser Standard unter Linux und Unix. Man markiert was mit der Maus. Und dann habe ich auf der mittleren Maus normalerweise die Möglichkeit, das zu eins zu fügen, was ich vorher markiert habe. Also, das ist jetzt die mittlere Maustaste. Dann füge ich das Zeug da einfach ein. Und wenn ich das hier aktiviere, dann wird es vielleicht nochmal in die Zwischenablage reinkopiert, die sich von dem markierten und einfügbaren über die mittlere Maustaste nochmal unterscheidet. Das kommt wieder auf den Desktop drauf an. Also, bei TDE gibt es auch so eine Anwendung hier, die... Obwohl... Wo... Achso, genau. Jetzt ist es dort auch direkt drin. Dann habe ich das hier in meiner Zwischenablagen-App auch so drin. So etwas gibt es bei TDE zum Beispiel auch. Ich glaube, bei KDE, bei neuen Versionen, gibt es das bestimmt auch irgendwie. Und dann wird das sofort da reinkopiert. Und wenn ich das weg habe, wenn ich das hier nochmal markiere, dann... Genau, kommt das da nicht rein. Also, es sind eigentlich zwei unterschiedliche Zwischenablagensysteme. Einmal das hier, was ihr macht. Wenn ihr was markiert, dann ist es schon mal in diesem internen Speicher drin, dass ihr es über die mittlere Maustaste einfügen könnt. Oder ihr macht hier STLG und einfügen. Dann kommt es in die normale Zwischenablage. Und dann könnt ihr das auch über hier Hochstelltaste und Einfügen auch wieder einfügen. Und das andere hier, das ist nochmal komplett unabhängig davon. Also ihr könnt beides benutzen. Also finde ich an einigen Stellen... Obwohl... Nee, hier geht das nicht. Oder... So, wenn ich das habe... Da und da... Nee. Also das wird hier synchronisiert. Also hier ist es noch ein bisschen anders. Bei TDE habe ich zwei unterschiedliche Sachen, die ich auch gerne mal parallel benutze. Ist total praktisch. Ja, okay, gut. Ist zwar aus, aber irgendwie macht es das doch irgendwie. Unsicheren Einfügendialog anzeigen. Ach so, genau. Das hatte ich ja gerade eben schon mal. Das ist da gerade schon mal aufgeploppt. Wenn ich was von irgendwo anders her kopiere, was vielleicht potenziell gefährlich ist und ich füge das in einer Shell ein, dann kriege ich diesen Dialog, wo dann davor gewarnt wird, dass ich das vielleicht nochmal überprüfen sollte, bevor ich es wirklich reinkopiere. Das ist sinnvoll, wenn man ja ansonsten sowas nicht überprüft und blind was aus dem Internet übernimmt und dann da einfügt, was sowieso eine dumme Idee ist. Also von daher würde ich das auch anlassen. Einfach nochmal als Sicherheit für euch. Nächster Reiter, der heißt Aufklapp. Aufklapp. Verhalten. Fenster offen lassen, wenn es den Fokus verliert. Fenster offen lassen, wenn es den Fokus verliert. Also umgekehrt würde ich ja sagen, das Fenster wird geschlossen, wenn es den Fokus verliert, aber das passiert doch gar nicht. Also wenn ich jetzt hier mache, Fenster öffnen, das hier hat den Fokus verloren. Wenn ich das hier in den Vordergrund bringen, hat das jetzt den Fokus und das da hinten hat es verloren. Aber es wird ja nicht geschlossen. Mal gucken, Gibt es da noch was Erhellendes, wenn ich da drauf gehe? Oder da? Ne. Also das ist eine Option, die verstehe ich so gar nicht. Fenster immer im Vordergrund halten. Aber das passiert ja auch nicht. Also immer heißt ja immer, immer. Und ich kann es ja wechseln. Von daher wird es nicht im Vordergrund gehalten. Hm. Na, wenn ich das mal umgekehrt mache. Wenn ich da hin und her springe. Nö. Sichtbares Fenster mit Tastenkürzel fokussieren. Wenn aktiviert wird, das Tastenkürzel zum Öffnen und Verstecken des Fensters das Fenster in den Vordergrund bringen, anstatt es zu schließen, falls es vorher den Fokus verloren hat. Ähm. Das klingt wie die Anweisung für ein Rollenspiel. Wobei man irgendwie noch dreimal würfeln muss und dann nachher die Geschichtlichkeitspunkte davon abziehen muss, um ja, einen Troll zu besiegen. Wenn aktiviert, wird das Tastenkürzel zum Öffnen und Verstecken des Fensters das Fenster in den Vordergrund bringen, anstatt es zu schließen, falls es vorher den Fokus verloren hat. Pfff. So, mal gucken, was haben wir denn da? Also, wir haben Umschalt, STRG und N öffnet ein neues Terminalfenster. Mal gucken. Ja, das stimmt. So. Und das Gegenstück dazu ist Umschalt, STRG und Q. So. Und was sollte da jetzt noch funktionieren? Sichtbares Fenster mit Tasten Kürzel fokussieren. So. Wenn ich das jetzt zumache und wenn ich das 1 S hier umschalt, N aber das klappt ja auch bloß, wenn schon ein Terminal im Vordergrund ist, dann geht diese zusätzliche Tastenkombination, damit ich ein neues Terminal öffnen kann. Ja. Weiß ich nicht. Verstehe ich irgendwie nicht, was es bringen soll. Und ja. Schreibt das auch in die Kommentare, wenn ihr meint, dass ihr wisst, was es genau machen soll und wie man das ausführen kann und dann was sieht. Dann haben wir Status Symbol im Benachrichtigungsbereich anzeigen. Der Benachrichtigungsbereich, der ist, ist es das hier? Benachrichtigung. So. Status Symbol im Also da sehe ich jetzt auch nix. Erscheinungsbild und Animationen. Breite. Aber wovon? Oder Aufklapp? Ähm. Die Deckkraft Einstellungen sind nicht verfügbar. Achso, genau. Das habe ich ausgemacht, damit das ein bisschen besser aussieht in der virtuellen Maschine. Hm. Animation Höhe. Aber wo? Also das ist das, was ich so sehe, was irgendwie aufklappt. Oder wenn ich das so klappe und so oder das hier. Keine Ahnung, was da gemeint ist. Ich weiß es echt nicht. Reiter immer anzeigen. Achso, okay, gut. Da muss ich wahrscheinlich einmal schließen, schließen, öffnen und hat sich da jetzt irgendwas getan bei also nochmal Reiter öffnen und jetzt ist da dieses Reiter immer anzeigen ist aus. Also ich sehe sie jetzt bis ich das zugemacht habe oder wenn ich das Reiter öffnen habe ich die da nochmal zu und jetzt ist es an. Reiter immer öffnen. Also ich habe keine Reiter. Also bei nur einem Terminal da drin macht es auch nicht so viel Sinn, aber könnte ihr sein, dass es damit gemeint ist. Fenster Ränder Anzeigen. Also ich finde es hat sowieso Fenster Ränder. Oder vielleicht funktioniert dieses ganze Zeug bloß wenn ich Composite aktiviert habe. Das kann natürlich auch sein. Dass es normalerweise funktioniert, aber bei mir jetzt nicht. Alles möglich. Positionen. Links, rechts. Keine Ahnung. Aufwärts, abwärts. auf Bildschirm mit Zeiger verschieben. Keine Ahnung. Also das ist ein Untermenü, was mich vor sehr viele Rätsel stellt. Vielleicht wisst ihr es, was es soll und wie man es reproduzieren kann. Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Aussehen. Genau, das ist schon was praktischeres. Da kann man die Schriften einstellen. Ich würde sagen, das ist ganz okay hier, wenn man das jetzt auch nochmal anders haben möchte. Genau, das ist jetzt ein bisschen klein, aber wenn ich das jetzt anders mache, hier auf meine 12 und vielleicht noch ein bisschen größer haben möchte, auswählen, dann wird es auch größer. Also solche Sachen sind mal ganz praktisch. Kann man auch irgendwo hier wahrscheinlich genauso gut einstellen. Aussehen. Genau. Genau, das ist sogar exakt der Dialog, den kann man auch so erreichen. Genau, Text in Fettschrift zulassen. Warum nicht? Text blinkt immer, legt fest, ob der Text im Terminal blinken darf, wenn so ein spezielles Escape-Zeichen verwendet wird. Also, wenn Escape-Codes, das ist ja bloß, gibt es da eine Klasse von? Wahrscheinlich, Also, für verschiedene Farben plus Blinken gibt es denn verschiedene Escape-Codes. Ja, warum nicht? Also, wenn irgendein Programm meint, dass es unbedingt blinken will, hat es hoffentlich einen sinnvollen Hintergrund und dann soll es auch blinken. Zeilenabstand, Breite und Höhe. Gucken. Genau, ja, dann haben wir mehr Abstand zwischen den einzelnen Zeichen. Würde ich jetzt nicht unbedingt wollen, also, ich finde, das macht die Lesbarkeit sogar schlechter, wenn man das so macht, aber müsst ihr, wer ist denn, Hintergrund einfarbig, finde ich eine gute Wahl, aber man könnte jetzt wohl auch irgendein Hintergrund Bild oder Transparent, finde ich ganz furchtbar und weil Composite ausgestellt ist, geht das auch nicht. von daher, Composite ausstellen ist eine super Sache, spart Systemleistung, habt ihr mehr Spaß am System, weil die Schwupptizität etwas größer ist und es ist auch nicht transparent. Super Sache, immer ausmachen. Vorgaben für neue Fenster, Menüleiste in neuen Terminals anzeigen, gute Sache, würde ich lassen, Werkzeugleiste in neuen Terminals anzeigen, mal gucken, was gibt es für eine Werkzeugleiste, ah, okay, ach, da gibt es die, oder einige Punkte aus dem Menü nochmal so hier, ja, also, ja, macht man heutzutage wahrscheinlich nicht mehr so, aber die grundlegenden Sachen, wie hier neuen Reiter öffnen, habe ich da sofort als so ein Icon und muss erst hier so und Reiter öffnen machen, also einen Klick weniger und ich sehe es sofort oder dass ich mehr den Tastaturcode dafür merke, dann habe ich das schon mal oder neues Fenster öffnen, Zwischenabler kopieren, daraus einfügen, suchen, das finde ich gar nicht schlecht, weil man hat sofort auf einen Blick, braucht das bloß hinzuklicken und dann ist man damit durch, also das finde ich eine gute Option, die würde ich anmachen. Fensterdekoration in neuen Terminals anzeigen, ja, damit man was zum anfassen hat, finde ich das gut, dass das irgendwie grafisch abgegrenzt ist vom Rest, von daher würde ich machen. Dann Abmessung 80 Zeichen in der Breite und 24 Zeilen, das ist so ein Standard ist denn das? Also das ist ja uralt, also als es so reine Textsysteme gab, das können, denke ich mal, sehr viele Grafikkarten auch noch, das ist so ein erster Standard, also der das vorgesehen hat, 80 mal 24 Zeichen passen auf einen Monitor drauf oder passten früher mal drauf und danach richtet sich das, ja, richtet sich das. So, was haben wir hier? Reiter, Anzeige für aktive Reiter zurücksetzen nach zwei Sekunden Anzeige für aktive Reiter zurücksetzen Benutzerdefinierten Stil verwenden, um die Reiter schmal zu machen. Nö, nö, das ist gut wie es ist, also würde ich jetzt dich schmal machen wollen. Dann Farben, da können wir noch die Farben einstellen, wie wir das gerne hätten. Also schwarz als Hintergrund finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt, ein paar Sachen sind hervorgehoben, die sind dann mal grün, blau oder was weiß ich. Also damit kann ich gut leben, würde ich jetzt auch nicht umstellen. Aber wenn ihr meint, dass ihr es machen wollt, könnt ihr es natürlich tun. Kompatibilität, Rücktaste erzeugt, Entferntaste erzeugt, mehrstellige Zeichen schmal. Was haben wir denn hier? Die Rücktaste erzeugt. Ah, okay, gut. Und hier ja, und da breit. Da kann ich jetzt für diese beiden Tasten noch was auswählen, wie die sich jetzt verhalten sollen. Aber diese Warnung hier oben, dass Dinge nicht richtig funktionieren, wenn ich das umstelle, würde ich denn auch ernst nehmen. Also von daher würde ich das genauso lassen, wie es ist. Es sei denn, ihr habt irgendwas ganz Spezielles. Dann behaltet diese Optionen im Hinterkopf und dann könnt ihr es anpassen. fortgeschritten. Was haben wir da noch? Doppelklick. Folgende Zeichen beim Doppelklick als Teil eines Wortes ansehen. So, was haben wir da? Also da haben wir Minus, alle Buchstaben A bis Z, Groß, Klein, Null bis Neun, paar Satzzeichen und Sonderzeichen. Was dabei aber fehlt, sind Umlaute. Natürlich auch nochmal in Groß. Und wenn ich den Doppelklick auf irgendwas mache, dann wird das als zusammengehörig markiert. und ja, wenn ich jetzt hier sowas habe und wenn ich dann einen Doppelklick drauf mache, gehört das zusammen. Genau. Und der Trenner ist ja, Leerzeichen. Wenn man das wirklich bloß so machen möchte, man kann es natürlich auch noch anders machen. Wenn ich jetzt hier Leerzeichen hinzufüge, Okay, gut. Das geht nicht auf Anhieb. Mal gucken, wenn ich das jetzt noch einmal hier kopiere, einmal zumache. Genau. Fenster und da auch. Da wieder einfüge. Einfüge. Ach so. Ach, das geht überhaupt nicht über die Tasten. Komisch. Also da haben wir jetzt noch mal diesen Dialog mit potenziell unsicheres einfügen. Ja, genau. So, mal gucken. Also mein Leerzeichen, was ich da hinzugefügt habe, das ist trotzdem weiterhin Trenner. Schade. Das wäre noch irgendwie ganz urkig gewesen. Ich meine, unter TDE kann ich sowas machen und da habe ich ein Leerzeichen sogar dazu, dass es mir quasi mehr da zusammenfügend in die Zwischenablage übernimmt, wenn ich Noppelklick mache. Hm. Gut. Also kann man hier anpassen. Mit den Umlauten ist eine praktische Sache. Und ja. Im Zeichensatz. Genau. UDF 8 wird für viele Leute hier Standard sein. Wenn ihr was anderes braucht, gibt es auch andere. Dann Tastenkürzel. Alle Menü, Kürzel, Buchstaben deaktivieren. Zum Beispiel Alt und D. Ja, vielleicht, wenn man in dem Terminal spezielle Programme laufen lässt, die diese Tastenkombinationen brauchen, dann ist das natürlich schlecht. Ach so. Genau. Menü, Tastenkürzel, deaktivieren, F10. So. Ich hatte ja vorhin den MC, den Midnight Commander. und der hat auf F10 beenden. Wenn ich jetzt hier, aha, das ist eine Option, die ich durchaus praktisch finde, weil ich den Midnight Commander durchaus häufiger mal verwende. Zwar nicht unter XFCE, aber wenn ich jetzt XFCE benutzen würde, dann wäre das durchaus eine praktische Option, damit ich mit F10 den Midnight Commander schließe, aber nicht das ganze Terminal drumherum. Also von daher, das wäre so meine Option. Aber müsst ihr wissen, ob ihr das wirklich braucht. Genauso wie mit Menü, Hilfe, Tastenkürzel, deaktivieren, F1. Ja, also von mir aus, F1 soll das Terminal schon kriegen. Das ist für mich in Ordnung. Dann Verschiedenes. Mittlere Maustaste verwenden, um Reiter zu schließen. Okay, gut. Warum nicht? Hätte ich jetzt nicht gewusst, dass das geht. Mittlere Maustaste zum Öffnen von URLs verwenden. Okay. Mauszeiger automatisch verbergen. Fände ich komisch. Hat mich nie gestürzt, so ein Mauszeiger. Im Zweifelsfall bewege ich den aus dem Fenster raus und dann stört er mich gar nicht mehr. Neue Reiter rechts vom aktiven Reiter öffnen. Ja, hörbare Glocke. Babing, babing. Erlaubt dem Terminal, Klänge abzuspielen, um auf einige Ereignisse hinzuweisen. Ja, auch. Ich glaube, sowas will ich heute total nicht mehr haben. Genauso wie die visuelle Glocke. Die macht genau dasselbe, bimmelt aber nicht, sondern das flackert irgendwie oder so. Rechtsklick, Aktion, Kontextmenü. Ja, Rechtsklick, Kontextmenü. Das wäre denn, was man zu dem XFCE Terminal einstellen kann. Gibt auch eine ganze Menge. Von dem XFCE Terminal zu Zwischenablage, Diensteinstellungen. Das sieht ja schon mal erfreulich kurz aus. Allgemein. Maus-Auswahl abgleichen. Falls ausgewählt, wird die jeweilige Auswahl mit der Standard- Zwischenablage derart abgeglichen, dass Sie jeweils auch das einfügen können, was Sie gerade ausgewählt haben. Das ist wieder dieser Themenkomplex mit Markieren, mittlere Maustaste einfügen, synchronisieren zu dem hier. Also was ähnliches hatten wir ja vorhin auch schon. Was dafür sorgt, dass hier Sachen direkt eingefügt werden oder auch nicht. Ach, abgleichen ist doch gut. QR-Code-Unterstützung. Wenn ausgewählt, zeigt das Menü ein QR-Code des ausgewählten Zwischenablage-Inhaltes an. Zeigt das Menü? Gucken. Welches Menü? Also das hier ist doch bestimmt Clipman, oder? Nee, gar nicht wahr. Das ist auch wieder was anderes. Also, da sind irgendwelche Sachen standardmäßig mit vorinstalliert, die überhaupt nicht dazugehören. Also jetzt müssen Sie mal den Clipman hier irgendwo finden. Der ist vielleicht unter Zubehör und da schon mal nicht. Clipper, das ist das von KDE. Clipper. Das klingt ja alles irgendwie falsch. Mal gucken, ob ich hier Clip Clipman ich sehe jetzt irgendwie keine Möglichkeit, wie ich den jetzt starten könnte und da oben ist ein anderer. Also ist dieser wie heißt das Ding? Puzzle Light? Vielleicht so? Puzzle Light? Keine Ahnung. Also und bis 2013. Also das Ding ist auch schon ein bisschen angestaubt. Aber Clipman? Keine Ahnung. ja automatische Aktionen aktivieren. Da könnte man noch Aktionen für verschiedene Bildtypen oder für Bugs für Netzwerkadressen und sowas machen. Ja. aber da ich nicht weiß, wie man das Ding aktivieren kann ist das hier noch irgendwo Nö Benachrichtigung Also keine Ahnung wie man an diesen Clipman rankommt dann Geschichte genau Dinge merken Verlauf umdrehen und so weiter Mausausfall ignorieren ja genau also da kann man Dinge einstellen aber wie man diesen Clipman irgendwo herkriegt weiß ich nicht keine Ahnung dann haben wir ja schon mal die erste Kategorie persönlich abgearbeitet in drei Aufnahmetagen insgesamt und als nächstes ich hoffe dass es jetzt schnell geht so Geräte Anzeige kann man die Auflösung einstellen ich habe hier so eine Sonderauflösung damit das gut zu meinem Streaming Setup hier oder zu meinem Aufnahmesetup passt mit der Höhe von hier 1080 das ist diese Full HD Höhe aber in der Breite ist es halt deutlich geschrumpft damit das neben mich passt genau Sonderauflösung dazu habe ich auch ein kleines Video veröffentlicht wie man solche Sonderauflösung in Virtualbox macht und auch das umgebende Fenster so skaliert dass das alles passt damit das Ganze für die ja also dass das Ganze nicht nochmal neu skaliert werden muss wenn ich das in OBS zum Aufnehmen oder zum Stream reinpacke damit die ganzen Schriften schön knackig scharf bleiben und nicht nochmal neu skaliert werden müssen ja also hier kann man sowas einstellen Auflösung Skalierung Bildwiederholfrequenz ob ich das Ganze drehen oder spiegeln möchte kann ich alles damit machen will ich aber normalerweise ja nicht dann erweitert da könnte ich jetzt noch ich denke mal das sind Farbprofile oder irgendwelche speziellen Konfigurationen von Bildschirmen dass ich wenn ich mehrere Bildschirme vor mir habe da eine ist dann auf der einen Seite der andere ist dann auf der anderen Seite dann habe ich vielleicht noch ein dritt der ist dann da drüber und dann kann ich mir solche Profile zusammenbauen also das rate ich jetzt mal so dass es das soll und wenn ich da drüber gehe dann Bildschirm Profil ja und da kann ich mir so verschiedene Setups machen so dass ich eins habe mit drei verschiedenen Monitoren und wenn ich meine ich möchte ein bisschen Strom sparen dann habe ich bloß einen Hauptmonitor dran und dann kann ich hier irgendwie umschalten ich denke mir dass es so gemeint ist Bildschirme verbinden wenn neue Bildschirme angeschlossen werden Dialog anzeigen achso ja gut ich stecke was Neues an und kriege Dialog und dann kann ich sagen was ich damit möchte praktisch automatisch Bildschirmprofile anwenden wenn ein neuer Bildschirm verbunden wird also der kennt die Monitore denn wenn die schon mal benutzt wurden und es ein Profil dafür gibt dann wird das wohl auch gleich geladen klingt erstmal sehr praktisch Bildschirme identifizieren Popup Fenster anzeigen um Bildschirme zu identifizieren ja also dass ich auf dem Bildschirm denn so eine Anzeige kriege wie das Ding heißt keine Ahnung also auf dem einen steht jetzt bei mir Acer auf dem anderen Ding steht Philips das da vielleicht draufsteht das Gerät ist ein Acer und das andere ist ein Philips irgendwas anderes dass mir das das irgendwie anzeigt oder einfach durchnummeriert dass ich weiß wie das System die Monitor erkannt hat so dass ich die denn konfigurieren kann irgendwie sowas denke ich ist es so dann zurück zu alle Einstellungen dann haben wir noch Energieverwaltung ja so was in hier haben wir unter den anderen Desktops ja auch schon gesehen was passiert wenn ich irgendwelche Knöpfe drücke also ein Austaste Energie Sparmodus Taste Taste für den Ruhezustand Akkutaste ok Akkutaste also das habe ich noch auf keinem Gerät gesehen dass es sowas gibt gibt es vielleicht und dann kann man genau noch mal beschreiben was dann passieren soll also da soll nichts passieren bei denen hier und wenn ich auf die Ein-Aus-Taste drauf drücke werde ich noch mal gefragt ob ich das System wirklich runterfahren möchte oder ich kann hier auch was anderes Bereitschaft Ruhezustand herunterfahren oder eben auch Nachfragen auswählen dann haben wir hier Aussehen Status Benachrichtigungen Benachrichtigungsfeld Symbol Energieverwaltung Achso A da haben wir jetzt so ein Dings das hier ist ja also da Rechner warum heißt das Rechner also da haben wir auch sowas schon und da kann man es jetzt noch mal in dem Benachrichtigungsfeld auch unterbringen aber da wir das ja schon haben Achso und Status Benachrichtigungen da kommt dann wahrscheinlich sowas wie ja der Akku hat bloß noch 10% willst das System jetzt runterfahren oder vielleicht mal eine Steckdose anschließen sowas vielleicht noch ja also kann nervig sein aber zum Teil auch durchaus praktisch dann haben wir System Energiesparen des Systems Energiesparmodus Bereitschaft oder Ruhezustand genau also was dann passieren soll ob das hier Suspend to Ram ist oder Ruhezustand Bereitschaft also Ruhezustand spart wahrscheinlich also das wahrscheinlich die Suspend to Ram also dass eben alles in Arbeitsspeicher reingezogen wird und ja also zusätzliche Statusinformationen und versucht wird so viel wie möglich vom Rest abzuschalten um Energie zu sparen und Bereitschaft ja das liegt vielleicht paar Sachen schlafen aber nicht so viele und das wacht schneller auf als das hier dann kann ich noch sagen wann Energie gespart werden soll bei Inaktivität von Minuten ne sechs Stunden oder nie also für Präsentationen solltet ihr nie verwenden Bildschirm als nächstes Bildschirm Energie Verwaltung schwarzer Bildschirm nach zehn Minuten Energiespar Modus nach zehn Ausschalten nach 15 Bildschirm Energie Verwaltung schwarzer Bildschirm nach zehn Minuten Energiespar Modus nach ebenfalls zehn Minuten und Ausschalten nach 15 das könnt ihr noch ein bisschen einstellen wie ihr das gerne haben wollt wenn das jetzt was ist was dauernd laufen soll da läuft vielleicht eine selbst laufende Präsentation und dann solltet ihr sowas natürlich deaktivieren ansonsten kommt es drauf an was ihr vorhabt also sinnvoller finde ich eigentlich eher wenn man jetzt den Arbeitsplatz verlässt dass man eine Tastenkombination drückt sodass der Bildschirm gesperrt wird sodass da kein anderer dran kann und dann kann das auch sofort in so einen Energiesparmodus gehen oder man kann den Monitor ja auch ausschalten das mache ich ja normalerweise dass ich da so einen Schalter habe also so ein Schalter wie richtiger Schalter und der klemmt den Monitor von meinem Stromnetz ab also das spart eigentlich sogar noch deutlich mehr und mit diesem Effekt ich habe das System noch mal gesichert gegen irgendjemand der einfach mal zufällig würde ich den Bildschirm auch sperren wo wir beim Sperren und Sicherheit sind genau da haben wir denn sowas noch drin die Sitzung automatisch sperren wenn der Bildschirm schoner aktiviert ist die aktiv nie also das ist sowas also Bildschirm schoner naja also ich würde den Monitor wirklich ausmachen aber den Bildschirm trotzdem sperren ja also Sperrverzögerung nach Bildschirm schoner Start kann ich nur eine Verzögerung einbauen 61 Sekunden Bildschirm sperren wenn das System in den Energiespar Modus geht ja halte ich für sinnvoll aus Sicherheitsgründen obwohl man kann es ja auch ja also ist so ein bisschen Bequemlichkeit dabei also man muss das System nicht erst sperren und dann in den Energiespar Modus machen von daher sollte das in einem Aufwasch genau dasselbe machen Geräte da haben wir das ist ja eine virtuelle Maschine von daher wird da irgendwas emuliert was vielleicht gar nicht so stimmt also das ist ein Gerät was an Netzstrom angeschlossen ist Energieversorgung ja sonst würden wir überhaupt kein Bild sehen wenn ihr jetzt Laptop hättet steht da wahrscheinlich deutlich mehr vielleicht auch noch drin Akku ist wie weiter geladen ist Restkapazität und sowas alles aber bei so einem System was virtuell ist und einen normalen Rechner emuliert gibt es kein Akku dann wieder zurück alle Einstellungen Farbprofile genau also Farbprofile sind durchaus praktisch also dazu mal überlegen nee in einem Video habe ich mal kurz drüber geredet also es gibt spezielle Hardware sogenannte Colorimeter womit man Monitore messen kann da werden so ja verschiedene Farben auf Monitor dargestellt rot blau grün verschiedene Abstufungen hell dunkel und sonst was und dieses Colorimeter das ist eine Art Kamera die man denn auf den Monitor direkt drauf setzt und diese Kamera misst diese einzelnen Farben die generiert werden und daraus werden Differenzwerte berechnet also wenn der Monitor jetzt einen Grünstich hat wird ein großer Unterschied zum zum Grünen was eigentlich so sein soll und den anderen Farben gemessen und über so ein Farbprofil wird versucht diese Farbverfälschung wieder Farbsignale kriegt damit das Bild insgesamt wieder so ist wie es sein soll und sowas macht man über Farbprofile und die kann man hier hinzufügen und anscheinend aktivieren entfernen und so weiter also eine praktische Sache vor allem wenn ihr jetzt im professionellen Bereich unterwegs seid und DTP macht irgendwelche Broschüren oder sowas wo es so ein bisschen auf Farbtreue ankommt dann ist sowas durchaus praktisch also Farbprofile Maus und Touchpad da können wir noch ein bisschen was einstellen Reihenfolge der Tasten linkshändig oder rechtshändig je nachdem wie es gerade braucht auf welcher Seite und mit welcher Hand ihr die Maus bedient Maus Rad Roll Richtung umdrehen Geschmackssache dann haben wir hier wieder Beschleunigung und Empfindlichkeit hatte ich in den beiden anderen Teilen ja auch schon also zu Cinnamon und KDE weil über Virtualbox ein Touchpad emuliert wird funktioniert hier die Beschleunigung nicht also weil es die falsche Geräteart ist geht das so nicht oder ich gucke nochmal genau also das ist genauso eine Beschleunigung hier wie wenn ich das so habe es ändert sich gar nichts also ich bewege die Maus quasi genauso wie vorher aber das hat keine Auswirkung als letztendlich ein Touchpad ist ja dann haben wir hier noch oder da gucken oder so ne also das das funktioniert so hier nicht in der Emulation beim richtigen System wird es wahrscheinlich funktionieren ziehen ziehen und ablegen also drag and drop Schwellwert ja genau Doppelklick Zeit und der Abstand okay also da kann man das noch so ein bisschen also was wie hier wie schnell ich klicken muss damit das als Doppelklick gewertet wird kann ich anpassen aber also ich hatte wirklich noch nicht das Bedürfnis sowas anzupassen also das also sehr viele von den Einstellungen die in so einem Desktop drin sind die passen für mich und von daher wenn ihr es braucht passt es an aber ansonsten lasst es einfach so Maus Thema da kann ich noch angeben wie die Maus aussehen soll gelb hm ungewöhnlich bei gelb aber warum nicht wenn ihr es gelb haben wollt oder blau dann macht es blau ansonsten lasst es so Puls Audio Lautstärke Regler was ähnliches gibt es quasi bei jedem Desktop also womit man hier seine verschiedenen Geräte also was zum Aufnehmen also hier Eingabegeräte was zum Aufnehmen so ein Mikrofon oder was zum Ausgeben dass man was hören kann konfiguriert und dann gibt es hier ja da kann man noch mal einzelne Anwendungen hier Systemklänge wie viel Pling Plong das machen soll oder wenn man jetzt ein Programm hat was was aufnimmt wie Audacity zum Beispiel dann kann man hier noch mal ein bisschen hin und her konfigurieren Lautstärken anpassen beziehungsweise einige Sachen auch stumm schalten und hier noch ein bisschen ja umkonfigurieren das gibt es quasi bei jedem Desktop in der einen oder anderen Form und hierüber kann man das auch machen Tastatur bei Tastatur kann man auch noch ein bisschen was einstellen also allgemein Ziffernblock die Nammtaste beim Start wiederherstellen dann merkt sich der Desktop ob ich wenn ich so einen zusätzlichen Ziffernblock habe ob der für Ziffern gebraucht werden soll oder diese Alternativbelegung so dass ich da Pfeiltasten habe das benutzen möchte also das wird dann gemerkt und wenn ich das nächste Mal einen Desktop starte dann wird der letzte Stand wiederhergestellt ja Tippeinstellungen Tasten Wiederholung aktivieren Verzögerung der Wiederholung Wiederholungsgeschwindigkeit also wie lange ich eine Taste drücken muss damit diese Taste wiederholt wird also ein Buchstabe zum Beispiel wie hier V und dann wenn ich sage ich möchte das jetzt aber richtig schnell mal gucken geht das sofort ja also das geht jetzt deutlich schneller dafür ist das da ja also wenn ich eine Taste lange drücke wie schnell das wiederholt werden soll dieser Buchstabe den ich drücke und wie lange ich drücken muss damit diese ständige Wiederholung kommt bis ich es loslasse Eingabemarke blinken Eingabemarke ist das wie das hier das weiß ich wiederum nicht was das sein soll angeben ob die Eingabemarke blinken soll also hätte ich jetzt gesagt das ist dieser Block da oder der Stahlträger aber das weiß ich nicht worauf sich das bezieht Tastenkürzel für Anwendung da haben wir schon mal ein paar vordefiniert stg alt und t öffnet den Terminal Emulator mal gucken genau das nimmt auch den und wenn ich da ach so entweder es öffnet das Terminal ne ach das macht er nicht ach ne so muss ich so ach da ne das war gerade eben das falsche und jetzt hat er hier wieder GNOME ok also müsste ich noch mal irgendwie umkonfigurieren damit er auch wirklich dieses XFCE Terminal nimmt und nicht GNOME also das scheint irgendwie systemweit so zu sein dass er diese GNOME Anwendung bevorzugt obwohl ich hier den XFCE Desktop habe ich habe ja mehrere Desktops in dem Debian 12 oder in der Vorabversion von Debian 12 installiert und dann kommt sich das irgendwie ins Gehege ja und dann gibt es spezielle Tasten noch für Internet Homepage und vieles andere mehr und da werden denn Programme gestartet könnt ihr ja auch noch was Neues hinzufügen bearbeiten wieder rückstellen oder auch was entfernen Tastaturbelegung das funktioniert bei mir soweit aber ihr könntet jetzt auch eine andere Sprache eine andere Tastaturbelegung da nehmen wenn ihr vielleicht auch mehrere Tastaturen habt die ja denn wechselt für irgendwelche Sonderzeichen die es auf anderen Tastaturen einfacher zu erreichen gibt oder landestypische Zeichen die es so auf einer Standard deutschen Tastatur nicht gibt dann ist sowas natürlich praktisch also kann man hier auch machen Wechseldatenträger und Medieneinstellungen haben wir denn hier Hotplug Wechsellaufwerke automatisch einhängen kann man machen kann auch nervig sein oder dasselbe für Wechselmedien beim Einlegen einhängen kann man machen kommt darauf an was man vorhat bei einigen Stellen kann es nervig sein wenn man vielleicht einen USB-Stick reinschiebt wo schon ein Dateisystem drauf ist und man möchte den einfach wiederverwenden um ISO drauf zu schreiben um Linux zu installieren oder sowas dann ist sowas irgendwie nervig weil dann muss man das Ding wieder aushängen und kann es dann erst draufschreiben aber ich denke mal für die meisten von euch ist das schon ganz okay wie es da ist Wechselmedien beim Einlegen öffnen dass da gleich hier dieser Dateimanager kommt warum nicht kann man machen kann genauso nervig oder erwünscht sein je nachdem wie man es braucht Programme auf neuen Laufwerken und Medien automatisch ausführen das klingt irgendwie gefährlich automatisch das ist gut dass es aus ist ja also finde ich gut dass es aus ist Dateien auf neuen Laufwerken und Medien automatisch öffnen selbst sowas finde ich auch nicht gut allein der Sicherheit wegen falls ihr jetzt noch einen CD oder DVD Brenner drin haben solltet dann könnt ihr ja noch aktivieren dass da was gebrannt werden soll wenn ein Ruling eingelegt wird und da kann man auch ein Programm vordefinieren über das man sowas macht Unterhaltungsmedien wenn man eine Audio CD reinlegt ja wiedergeben genauso wie mit hier Video CDs DVDs Blu-rays sofort abspielen oder ein tragbarer Musikspieler dass der auch anfängt Dinge abzuspielen kann man alles machen wenn ihr den Bedarf habt konfiguriert das gerne genauso wie mit den Digitalkameras ja wenn man da jetzt eine verbindet und die wird unterstützt dass die Bilder sofort runtergeladen importiert werden das kann auch durchaus praktisch sein Drucker automatisch ein Programm ausführen wenn ein Drucker eingesteckt wird gibt bestimmt auch Gründe warum man das machen möchte also ich habe dann irgendwie einen Drucker rumstehen der aber normalerweise nicht eingesteckt ist aber wenn ich den einstecke dann möchte ich sofort irgendwas ausdrucken also gibt bestimmt Gründe warum man das möchte Eingabegeräte genauso wie Tastaturen Mäuse und Grafik Tablets wenn man da jetzt irgendwas sofort ausführen möchte wenn sowas eingesteckt wird kann man das hier auch konfigurieren macht es oder lasst es bleiben je nachdem wie ihr es braucht Nächster Punkt System und Barrierefreiheit da haben wir achso okay gut also wenn aktiviert wird die Sitzungsverwaltung die erforderlichen Programme für Bildschirmleser und Bildschirmlupe starten so das möchte ich eigentlich nicht also das habe ich schon mal bei anderen Desktops gezeigt wie das ist mit diesem Bildschirmleser wie gut oder schlecht der funktioniert also man muss sich da richtig einhören und auch die richtige Stimme auswählen damit man das wirklich was versteht das haben wir bei Cinnamon und XFCE gehabt und Cinnamon habe ich dadurch glaube ich auch zum Absturz gekriegt die Bildschirmlupe ist praktisch da kann man denn ja mal gucken kann man das hier irgendwo ne also Bildschirmteile vergrößern wenn man nicht so gut gucken kann also praktische Sache wenn ihr das braucht hier aktivieren und dann wird das Leben ein bisschen leichter Tastatur einrastende Tasten wenn aktiviert müssen Steuertasten wie STG Alt und Umschalttaste nicht gehalten werden sie können gedrückt und dann wieder losgelassen werden wenn normalerweise mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt werden müssen ok gut ja also wenn man sich nicht so gut bewegen kann ist das bestimmt praktisch ja also dann braucht man vielleicht auch bloß einen Finger um diese Tastenkombination STG Alt und Entfernen nicht gleichzeitig zu drücken sondern nacheinander STG lange halten dann rastet die ein Alt lange drücken dann rastet Alt noch mit dazu und dann entfernen und dann gibt es Neustart oder was auch immer der Desktop macht also das hier kann man aktivieren ja oder auch nicht je nachdem wie man es braucht verlangsamte Tasten um versehentliche Tastenanschläge zu vermeiden erfordert die verlangsamte Tasten Funktion dass eine Taste für eine bestimmte Zeit gehalten werden muss bevor der Tasten Anschlag akzeptiert wird ja also ja klar also wenn man nicht so schnell ist ist das eine praktische Sache also quasi das Gegenstück zu diesem was wir gerade eben hatten mit eine Taste drücken für hier eine halbe Sekunde und dann wird dieser Buchstabe endlos wiederholt bis man die Taste loslässt das macht quasi genau das Gegenteil also das verlangsamt das Ganze unabhängig davon an einer Stelle wäre so was praktisch gewesen also ich über X2Go so dass eine Taste die ich nur kurz gedrückt habe gleich mehrfach hingedruckt wurde ohne dass ich das einfach wollte da wäre vielleicht diese Option hier genau das Gegenmittel dagegen gewesen also abseits von Barrierefreiheit haben diese Funktion vielleicht auch noch andere praktische Anwendungsfälle dann haben wir hier zurückschnellende Tasten das klingt ja irgendwie nach Autsch also die Taste schnellt mir zurück direkt ins Nein so was haben wir hier erzwingt ja also um versehentliche Tasten Anschläge zu vermeiden das ist genau dasselbe erzwingt die zurückschnellende Tasten Funktion eine minimale Verzögerung zwischen Tasten Anschlägen also ich muss eine Taste drücken dann muss ich sie loslassen dann muss eine gewisse Zeit vergehen und dann kann ich erst die nächste drücken ja also auch wiederum praktisch für alle die nicht so gut motorisch davor sind oder für schlechte Netzverbindungen zu einem entfernten Gerät dann hier wieder die Maus Emulation die hat bei den anderen Desktops nicht funktioniert ich denke mal weil ich das Ganze in der virtuellen Maschine mache unter klappt das nicht so ich aktiviere es hier und jetzt versuche ich mal wieder auf dem Ziffernblock die Pfeiltasten also diese Alternativbelegung von dem Ziffernblock zu verwenden und das funktioniert auch nicht also es liegt höchstwahrscheinlich an der virtuellen Maschine Mauszeiger finden einen Tastenkürzel mit XFCE4 Find Cursor verknüpfen um visuelle Rückmeldung über die aktuelle Position des Mauszeigers zu erhalten das haben wir bei den anderen Desktops auch gesehen sowas gibt es da drückt mal eine Taste und dann macht das so Pling um den Mauszeiger drumrum ja also auch praktisch wenn ihr es braucht könnt ihr euch das Leben ein bisschen leichter machen mit diesen Optionen Sitzung und Start Verhalten da haben wir jetzt Sitzungsauswahl Sitzungsauswahl beim Starten Einzeigen ja also wenn ich jetzt also ich kann wohl mehrere Sitzungen speichern und dann kann ich meine aussuchen vielleicht eine zum Texte schreiben eine zum Programmieren eine zum Surfen und da sind dann andere Anwendungen gestartet und damit kann ich mir was aussuchen ja Abmelde Einstellungen Sitzung automatisch beim Abmelden speichern ja ok gut vor dem Abmelden nachfragen finde ich eigentlich immer ganz gut also wenn man so eine Taste auf der Tastatur hat und man kommt da irgendwie mal blöd daneben und man hat sowas hier nicht dann fährt der Rechner mittendrin runter obwohl man eigentlich überhaupt was anderes wollte und das ist irgendwie doof also von daher ist das eine gute herunterfahren Bildschirm vor dem Versetzen in den Energiesparmodus sperren also was ähnliches hatten wir doch schon also unter diesem Sicherheitsdialog ja automatisch gestartete Anmeldungen da kann ich mir viele Sachen auswählen die beim Starten mitgestartet werden ach so dieser Clipman Clipman hieß er genau hier ist Parcelite Verwaltung der Zwischenablage den will ich ja eigentlich nicht ich möchte eigentlich suchen kann ich hier wohl nicht Zwischenablage ach xfce4 minus Clipman das wäre gewesen ok gut wenn ich den jetzt einmal starte xfce4 Clipman das ist der Clipman und die Einstellung die wir hier haben QR Unterstützung ja immer hier gucke oder Moment mal sowas hier kopieren und aha ok also da habe ich jetzt auch so einen QR Code also es funktioniert man muss bloß die richtige Anwendung haben und die muss auch mitgestartet werden hier könnt ihr das alles richtig konfigurieren also Cinnamon Sachen sind ja auch eine Menge da die wollt ihr vielleicht nicht unbedingt unter xfce haben wenn ihr mehrere Desktops parallel installiert habt also hier kann man das alles einstellen oder hier Gnome Programme oder was von KDE also das kann man sich zusammenstellen wie man es gerne möchte dann aktuelle Sitzung da haben wir die aktuelle Sitzung mit diesen ganzen gespeicherten anwendungen könnt ihr jetzt speichern oder derzeit aktive äh entfernen da also ich sehe da jetzt keine Option so dass ich jetzt sagen könnte ich habe jetzt eine Sitzung für Programmieren und eine zusätzliche Sitzung für Internet Surfen das sehe ich nicht also ich habe hier bloß Sitzung speichern ja genau dann erweitert Dienste für Gnome beim starten laden oder für KDE das hier achso das sind jetzt solche Sachen die Gnome Anwendung eventuell brauchen sowas wie Gnome Keyring oder KDE Init ja also wenn ihr es braucht wenn irgendwelche Anwendungen meckern dann solltet ihr bei Kompatibilität mal gucken und eventuell was anhaken was gebraucht wird dann Sicherheit Anwendungen auf entfernten Rechnern verwalten entfernte Anwendungen über das Netzwerk ich nehme das mal so zur Kenntnis keine Ahnung was es macht also wenn ihr es wisst schreibt es gerne in die Kommentare rein so dann haben wir noch Standard Entwendungen wahrscheinlich genau Standard Entwendung Programm für Internet für E-Mail da können wir uns was aussuchen Debian hat eine Voreinstellung wir können aber auch irgendwas anderes aussuchen genauso für E-Mail kann man machen haben wir in anderen Desktops auch gesehen genauso wie Dateiverwaltung fürs Terminal ach so ah hier kann ich da genau also am Ende fügt sich denn vieles doch zusammen weil ich das von oben nach unten durchgehe und mich bei den Desktops nicht wirklich auskennen anderen da haben wir noch viele andere ja meinem Type heißen diese Dinge da wird geguckt bei einer Datei nach speziellen Charakteristika wie diese Datei aufgebaut ist und dann wird erkannt aha das ist vielleicht ein JPEG-Bild oder das ist keine Ahnung was haben wir hier nochmal das ist vielleicht ein MS-Works ähm Dokument und das soll standardmäßig mit LibreOffice Calc geöffnet werden oder was wir hier noch alles drin haben SquashFS so ein Archivformat sowas wie ZIP bloß irgendwie anders mit dem X-Archiver oder X-Archiver womit das standardmäßig geöffnet werden soll wenn ich das ja wahrscheinlich Doppelklick da mache in diesem Datei-Browser genau so das kann ich damit festlegen dann haben wir hier noch Bluetooth-Adapter da ich ähm in der virtuellen Maschine sowas nicht habe kann ich euch da jetzt auch nichts zeigen und dann haben wir hier als letztes noch Einstellungsbearbeitung okay gut ah okay also da habe ich hier jetzt nochmal Möglichkeiten um noch tiefer in die Konfiguration einzusteigen also das sind so Schlüsselwertpaare für ja Optionen in einzelnen Anwendungen die ich jetzt nochmal alle durch durchmischen anpassen sonst was könnte was über diesen grafischen Dialog den wir gerade gesehen haben nochmal hinaus geht kann man machen aber das ist sowas da müsst ihr wirklich exakt wissen was ihr vorhabt sonst könnt ihr das auch ähm naja zurückstellen könnt ihr machen aber man kriegt damit wahrscheinlich auch Dinge kaputt die weil das komplett ungesichert ist also müsst ihr wissen was ihr damit vorhabt und auch wirklich genau wissen was was da rauskommt und wissen wie man es zurückstellt also seid vorsichtig wenn ihr sowas vorhabt ja damit wären wir auch am Ende jetzt habe ich ja alles einmal durchgeklickt teilweise mit mehr oder weniger Elan das ist der dritte dritte Aufnahmetag den ich jetzt dafür gebraucht habe also XFCE ist sehr umfangreich was es an Einstellmöglichkeiten gibt auch wenn XFCE ja eher so zu den kleineren Desktops gehört aber es geht wieder wahnsinnig viel das war es jetzt auch für dieses Mal ich hoffe es hat euch geholfen dass ihr mal wieder so einen zusätzlichen Einblick gewonnen habt also ich habe natürlich auch eine Menge dazu gelernt was man bei XFCE wirklich alles machen kann und das Ganze läuft auf einer Vorschau auf Debian 12 das ist noch nicht rausgekommen aber es dauert auch gar nicht mehr so lange nächsten Monat soll es soweit sein und ja macht es nach macht es nicht nach ansonsten hier Glocke drücken abonnieren weitersagen und überhaupt und bis dann und tschüss Glocke drücken sammeln mit das released fah bis dann bis dann Bis zum nächsten Mal.